und heute springen wir wieder wie ihr sehen könnt andere minecraft legend ja wir legen auch direkt los und das ist auch im außenkosten so jetzt helfen die dort auch nicht oh 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 um Yo! Denk, du bist fast. Ja. Ja, mit. So, und die muss ich jetzt killen. Ja, ich rette euch alle. So. Okay. Das müsste jetzt auch gleich kaputt sein. Perfekt. Auch kaputt. Mit der richtigen Druckeinwirkung fällt selbst der höchste Turm. Ja. 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 Alles klar. So, dann kommt man mit Jungs. Okay. Okay. Gut. Gut, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen irgendwie zu diesem blauen Dings da. So. Boah. Glaub ich, man muss da wirklich hin. Oh, ein Schwein. Na, jetzt sind wir im Wald irgendwo. Komm schon. Komm schon. Ich kann es kaum erwarten, bis du zum Brunnen zurückkehrst, um zu sehen, was Wissen für dich gemacht hat. Mann. Mann, wie weit ist das denn entfernt, ey? Und warum leckt dieses Spiel? Leute, tut mir leid, wenn das leckt. Ich kann da nichts für. let's go was machst du da draußen ich arbeite an etwas besonderem um dem helden zu helfen was denkst du sie sind perfekt sie werden nicht so freundlich zu den piglet sein das versichere ich dir ok ok jetzt gehe und schließt dich deinen neuen freunden an du auch kleines nur zu die moos und schleifsteingolems freuen sich sich dir anzuschließen aber du brauchst eine spezielle ressource um sie zu bauen ich habe die melodie für dich geschrieben du musst nur die richtige verbesserung bauen es nehmen dein nieder hier werden all die wunderbaren melodien aufbewahrt die du gelernt hast gehe nun und schlage eine neue seite auf bitteschön wähle nun die konstruktion um deine laute zu verbessern und die melodie eisen spielen zu können und die helferlein werden sie für dich bauen großartig jetzt mach weiter und bau deine eisen verbesserung wie mache ich das jetzt warte aber ich kann es ja nirgends wohin brauchen ich bin in der truene hier mit jeder neuen melodie wächst deine beziehung zu den helferlein diese melodie wird dir helfen eisen für deine baubedürfnisse abzubauen na bitte jetzt kannst du eisen in der welt sammeln und diese neuen freunde rufen wann immer du sie brauchst und ich fürchte du wirst sie bald brauchen also wenn du sie bald hast 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 du sie bald Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, da bin ich wieder, so. Wir sind jetzt bei diesen komischen Piglin-Dingsbums. Was ist los? Wir haben sie gelernt zu kämpfen. Durch das Beobachten unseres Helden. Alles klar, es scheint so, als würden wir jetzt alle kämpfen. Die Basis geht weit über alles, was wir je gesehen haben. Aber wir wissen, dass du triumphieren kannst. Gemeinsam. Baum, Baum. Baum, Baum. Oh, ihr kommt mit 2. Ja, komm, komm, komm So, komm jetzt hoch Weiter rein Die Mauer ist durchbrochen, mach weiter so Es kommen noch mehr Skelette, Zombies und Creeper, um dir zu helfen Die Verstärkung wird direkt vor der Basis auf dich warten Oh ja, ich seh's Wenn die Magie dieses Portals nicht gestoppt wird, dauert die Nacht ewig So, let's go Ja, komm, 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 komm Ja, 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 let's go Ich hoffe, wir schaffen das, ey À, jeden Fall Let's go La entering Boa 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 Ja, gut, hier. Großer Piglin erledigt. Gute Arbeit. Okay. So. Ich hol nochmal neue. Vergiss nicht all die kleinen Tricks, die die Banner an sich zu bieten hat. Sie werden sich an diesem schrecklichen Ort bestimmt als nützlich erweisen. Okay. So. Up mid. Möke. I. ergspot. Gute. Ja, ja ja. Ja, ja ja, ja. Tschau an. auch tatsächlich mehr kampfleute bitte schnell auch wieder ganz viele wieder weiter angst so die sparen ja eben er machen die das kaputt das ist doch gut er hat mir auf jeden fall mithelfen ein weiteres wurde besiegt und wir werden euch das video gefallen hat lasst gerne ein abo und kommentare schaut außerdem auf einer biskarte vorbei der ist unten in der video stand verlinkt dann gebe ich die glocke damit ihr kein video mehr verpasst habt einen traumhaften tag haus rein hinter euch erst tschau tschau und und Untertitelung des ZDF, 2020